hallo heute mal was neues hier bei last gaming da ich so oft im urlaub bin mit meiner frau immer auf tour habe ich mir eigentlich gedacht ich könnte mal ab und an auch ein paar urlaubsvideos machen wo wir sind wo wir hinfahren könnt ihr euch vielleicht auch mal interessieren wir sind heute hier in holland den genauen ort habe ich wieder vergessen wie so oft hier hintran eine schöne weide mit kühen gerade eben waren sie da im hintergrund sieht man sie ja man ein bisschen natur und ja hier ist unser häuschen das wollte ich euch dann mal zeigen und ja wie gesagt rauchen verboten ja hier ist es das wohnzimmer haben wir noch eine schöne aussicht auf die kühe auf die weide wie gesagt wir machen öfter oder ziemlich oft solche touren und deshalb habe ich mir gedacht komm machst du mal ein paar videos wir haben ein schlafzimmer hier haben wir die dusche diesmal sogar relativ groß wie gesagt in die beschreibung werde ich mal noch den ort reinschreiben falls ihr auch mal interesse hat an sowas hier haben wir das zweite schlafzimmer und haben wir sogar noch ein drittes schlafzimmer mit hochbett das werden wir allerdings nicht brauchen dann haben wir hier noch moment haben wir hier noch das klo das wichtigste und ja wie gesagt es ist mein erstes video also falls das jetzt nicht so schön ist übung macht den meister und ja wie gesagt auch wenn wir so touren machen so besonderen monumenten wir fahren auch immer viel durch die natur gehen wandern wird vielleicht auch das ein oder andere video sonst noch folgen ich hoffe es wird euch gefallen und ansonsten würde ich sagen sehen wir uns einfach im nächsten video danke fürs zuschauen und wir sehen uns dann bis dann